Willkommen zurück Freunde bei Siedler 1 Mission 18 Ich wär froh wenn ich sie endlich hinter mir hätt Irgendwie geht die mir voll auf den Sack grad Weil die haben mich in den letzten paar Parts immer mal wieder angegriffen Und so jetzt ist mal ein bisschen Ruhe eingekehrt Gott sei Dank Weil ich hab schon gedacht ich hab bald keine Soldaten mehr Die so weitermachen Weil es ist grad ein bisschen schwierig Eisen zu finden Wobei es eigentlich jetzt langsam wieder sich bessert Die hier läuft Gott sei Dank zu 100% Von der haben wir ziemlich viel Abtransport klappt einigermaßen Naja gut okay hier sind schon drei Träger auf der Spur hier Hat der KI schon gemerkt da muss man was machen Hier sind zwei Träger Also es wird hier runter transportiert zu unserer Eisenschmelze Und zu unserer Waffenschmiede Und dann wird es natürlich gleich eingelagert Und hier oh da sind ja schon Waffen Ich müsste nur schon mal Oh Okay wir haben wieder ein bisschen Soldaten Jetzt sieht es auch mal wieder ein bisschen besser aus Wir haben sogar einen Hauptmann im Lager Und Leutnant Drei Obergefreite und vier Gefreite Und der Offizier ist gar keiner da Oh jetzt habe ich meinen Arm eingeklemmt Ah zwischen Stuhl und Tisch So wie sieht es denn hier aus Haben wir auch noch ein bisschen was drin Zwei vier also zwei Gefreite Zwei Obergefreite sonst nichts Hier ist klar ein bisschen schwächer Weil wir haben hier Keine Produktion großartig Weil wir ja auch hier nirgends Eisen gewinnen Hier oben Aber bald sieht es hier wahrscheinlich anders aus Da kommt schon einer Da kommt schon ein williger Arbeiter Und wird uns bald hier hoffentlich Ah guck mal hier haben wir noch ein bisschen Kohle gefunden Werden wir auch gleich mal nutzen hier Können wir die Straße abreißen Brauchen wir nicht mehr So Brauchen wir nur noch Eine kleine Anbindung hier Machen wir es so Perfekt Okay wie gesagt Wir können vielleicht in diesem Part Am Ende noch angreifen Das müssen wir jetzt mal abwarten Wie die Produktion jetzt hier ans Laufen kommt Wenn die mal wieder permanent hier Arbeit haben Dann wäre es natürlich nicht schlecht Und wir werden wieder angegriffen Seht ihr Genau diese Scheiße meine ich Unglaublich Aber wir machen gleich einen Gegenangriff So So Weil das lassen wir natürlich nicht auf uns ruhen hier Die wollen unsere Schmelze zerstören So wie es aussieht Aber Die werden wir gleich abfangen hier Indem wir mal einen kleinen Gegenangriff starten Und ich habe hier richtig gute Soldaten So wie ihr seht Also hier kommt kein Crap raus So Perfekt Ey Die haben sie Boah Habt ihr das gesehen? Ach du Scheiße Solche kleinen Bastarde Jetzt versuchen sie unsere Produktionsstätten zu zerstören Wenn sie unsere Minen schon nicht zerstört kriegen Das ist echt unglaublich hier Aber für den Angriffsversuch werde ich natürlich gleich einen Gegenschlag machen Okay Da hat es nochmal einer geschafft hinzukommen So Was haben wir denn hier drin alles? Ah nur gute Soldaten Und hier Geht Scheiße Nicht einen von uns weggekloppt hier Aha Ich habe einen Was war das? War das ein Hauptmann? Hat gerade ein Gefreiter Ein Hauptmann weggekloppt? Jetzt habe ich es nicht gesehen Ach du meine Fresse Also wenn das jetzt gerade wirklich passiert ist Ich schiebe nochmal drei dazu Wohin geht der? Okay Für den Angriff werde ich trotzdem natürlich ein Gebäude einnehmen von denen Habe ich gesagt Ich werde mich jedes Mal rächen Für jeden versuchten Angriff Eigentlich sollte ich mich gerade aufs Doppelte rächen Fällt mir gerade so ein So Okay Jetzt hat man eingenommen Gut Sehr schön Scheiße Komm nicht hin Komm nicht hin Komm nicht hin Komm nicht hin Müssen wir jeden Weg hochziehen So Ja Da sind sie selber schuld Sieg herum Sonst ist kein Angriff hier irgendwo Nö Okay Sehr gut Okay Gerade sag ich es noch Die haben mich die ganze Zeit trätiert Und jetzt fangen sie schon wieder an Also die lassen nicht locker Die machen immer weiter Das ist echt Also ich sag es euch Das ist Unglaublich Da können wir echt mal schon zum Hirsch werden So Hier kann ich nix Sind noch welche drin Okay Kaum Kaum drei Minuten vom Spiel Äh Angefangen Und schon wieder Werde ich hier trätiert Naja Die Roten wissen schon was Hier Ne ist auch klar Das kotzt dir jetzt wahrscheinlich ein bisschen an Dass ich hier alles So weit eingenommen hab Und wie sieht's aus hier oben Da haben wir ja mal angefangen Geolungen zu jagen Aber irgendwie finden sie hier nix Ne Schade eigentlich Also ist ja alles auch schon Bisschen Ausgelutscht hier Kein Eisen Kein gar nix Ist ja eigentlich schade Ne Gibt's leider nix mehr hier Das einzige was ich mal machen könnte Weil jetzt hier entlang bauen Noch ein paar Wachhäuschen Das könnte ich machen So Werde ich auch Gerade für das was sie hier getan haben Und die tun wieder Oh Die setzen Die tun wieder ihre Soldaten an die Front schicken Das bedeutet meistens Dass die auch angreifen werden wieder Mhm Mhm Denn da sitzt auch wieder Ein Furzquer drin Wahrscheinlich hier wegen den Minen Und so Okay Jetzt müssen wir aufpassen Die werden garantiert versuchen Hier irgendwie wieder Sich einzumischen So hier die gehen wieder zurück Hier fehlen noch Soldaten Da oben fehlt auch noch einer Ich denke da kommen schon welche Jawohl Schicken wieder welche hin So Haben sie das fertig? Ja genau Die sollen nämlich hier ein bisschen aufpassen Und oh guck mal Hier ist Eisen an Verdammt und ich kann's nicht abbauen Wegen dem Affe hier Wobei der ja gar nicht mehr so viel produzieren kann Guck mal nur noch 19% Und ich habe da hinten Noch eine laufen Hier läuft noch eine Hier Was haben wir denn im Ersatz Kohle gar nix Oh Da sollte ich sie aber nicht zerstören Wäre glaube ich nicht so gut Ne 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 Dann lassen wir das mal So die Eisenproduktion hier läuft richtig gut So wie ich sehe Also ich bekomme auch ziemlich viel Da ist jetzt nur noch einer drin So Oh der kann auch wieder arbeiten Juhu Es kommt wieder Waffen Leute Yes Jawohl Und hier Oh guck mal hier haben wir schon wieder ein paar Ersatzwaffen Dürfen wir sogar schon wieder ein bisschen was machen Hahaha So Wir speichern unsere Helden Boah wenn die hier dann noch laufen Dann wird's heftig Dann kriegen sie wieder was Sowas von auf den Platz gehauen So So jetzt muss ich erstmal Ein Schlückchen Oh Ich habe fast mein Mikro umgeworfen Erstmal noch ein Schlückchen trinken Moment Durst Ich bin am verdursten Wenn ich da das blaue Wasser sehe Kann mir ja nur Durst bekommen So wir haben eine Meldung Gebäude besetzt Ja wunderbar Dann nenne ich doch mal gute Neuigkeiten So wir wollen jetzt die ein bisschen Hier oben ein bisschen ärgern Hab ich gesagt Und Das werden wir jetzt auch Wir werden jetzt hier voll an die Grenze Eine Festung hinbauen So Dass sie wissen dass ich hier bin Okay Das ist reine Provokation Was ich jetzt hier mache Brauche ich aber Das brauche ich jetzt ganz ehrlich So Die werde ich dann auch schön besetzen Ich werde Soldaten sammeln Ich denke mal ich habe sogar schon zusammen Dass ich sie besetzen kann Ja Könnt fast sogar reichen Was ich jetzt habe hier Ja Reicht auf jeden Fall schon Die speichern ja unsere Unsere Eisen Ah Sehr schön 16,3 Aber Sie nehmen auch von dort sehe ich gerade Dürfen sie auch Solange die Produktion Solange Nicht ins Schwanken kommt Dürfen sie das ruhig machen Weil bis sie das hier oben runtergetragen haben Dauert auch seine Zeit Die beliefern auch die da oben So wie ich gerade sehe Ja Genau So jetzt sieht es mit der Kohle auch besser aus Wir haben wieder War Kohle Ah von hier kommt nämlich auch noch Genau So sieht es aus So die Fronten sind hier gut Da habe ich nochmal zusätzlich was eingenommen von denen Statistik Hahaha Okay Gut die sehen jetzt gerade nicht mehr so rosig aus für die Im allgemeinen Land habe ich ziemlich Oh Viel Gebäude Militärisch macht mir der Rot etwas Sorgen Warum auch immer der sich steigern kann Der hat doch gar keine Minen mehr Oder habe ich mich da irgendwie verguckt Moment Er produziert Waffen Moment Wo zum Henker hat er das Eisen her Der hatte doch gar kein Eisen mehr Sind das seine letzten Reserven wo der jetzt hier Oh die Mine läuft auch Ah Sehr schön So will ich das haben Genauso Gut da tragen sie schon die Barren weg Äh Die Eisenherze Barren sind sie noch keines Werden Er ist noch Barren Das hier oben ist mir ein bisschen Oh Da würde ich gern So gern anfangen Abzuarbeiten Aber solange die noch so aktiv ist Weiß nicht Was Der Rote geht mir echt auf den Sack Der geht mir echt auf den Zeiger Der geht mir wirklich von auf den Zeiger Wo ist er Wo kommt denn der jetzt Hä Ah von da Von dem Zipfel hier oder was Tatsache Also angreifen Wie gesagt Ich werde mich immer rechnen Ah die wollen meine Eisenmine hier zerstören So sieht es nämlich aus Genau Das sind doch solche Drecksäcke Boah Sowieso Jetzt schaffen sie es auch Oh man die ist so gut gelaufen 100% Shit ey Gut die wird es nicht erwischen Aber die wird es erwischen Die 100% Merke ich mir den Platz Soll ich mir nicht gerade ein Foto machen So aber ich werde jetzt hier Blatt mähen Dann habe ich da mal Ne Ruhe Vor dem Ein Unteroffizier noch Oh je oh je oh je Gegen Hauptmann Ach du Scheiße Komm transportiert noch so viel wie möglich Hier weg Okay Verloren Mine weg War klar Die hier auch gleich Das darf doch nicht wahr sein Zurückerobern Aber sofort Weil die werden garantiert Nicht so gut laufen Denke ich hier So holt sie zurück Guck mal das war reine Schikane Nur zum die Mine zu zerstören Hier Habt ihr sie? Ey holt mir das Teil hier Ich sag's euch Ich will das haben Hau ihn weg jetzt hier Den scheiß Hauptmann Kommt schon Das kräftet jetzt hier nicht an Jetzt So Kampflohn ich weiß Was? Nochmal Ah Das darf nicht wahr sein Das gibt's echt nicht So Hier haben wir's So Okay Okay Der haut ihn jetzt bestimmt Komm Unteroffizier Hau ihn weg Hau ihn weg Hau ihn weg So Es war klar Gerade immer Will ich anfangen Hier Irgendwie Soldaten zu sparen Greifen sie mich an Wie immer Aber hier wird's eng Hier werden sie es nicht schaffen Denk ich Ne Der wird es jetzt nicht mit dem einen noch schaffen Kann ich mir jetzt hier nicht vorstellen Ganz ehrlich So So sieht's nämlich aus Genau Hau sie weg Die Bastarde Und du hier auch Nochmal sechs So Jetzt guckt das hier Nahrungsmittel herkommt Damit wir anfangen Abzubauen So Und jetzt bauen wir hier nicht rüber So Siegerung Jawohl So Sogar mein Fischerhütchen draufgegangen Oder was Wollte mich jetzt verarschen Okay Geologen wieder rausjagen Altes Spiel Kennt man ja Wir haben ja genug Gleich richtig viel So Wohin läuft der jetzt? Okay Hier sind immer noch Soldaten auf dem Weg Irgendwohin Ich hab keine Ahnung Wo es hingeht Die müssen jetzt erstmal Nur zurücklaufen Hier alle So Kriegt ihr Essen So wie es aussieht Kommt auch ein bisschen Eisen Hier Wollen wir mal aufhören Hey aber ich will jetzt wissen Wo die hinlaufen Wohin geht's? Die werden jetzt wohl nicht da rüber latschen Hier ist auch militärische Bewegung Aber die produzieren wirklich keine Waffen Die haben nichts mehr Aber die haben noch Eisen Ja die produzieren immer noch Irgendwo laufen sie hin Ich hab so ne Vermutung Die gehen bestimmt hier rein Weil sie genau wissen Dass hier nur Gefreite drin sitzen Klar Okay Kein Problem Wo ist ihre Waffenproduktion? Da Schnauze voll Und Tschüss Weil jetzt reicht's mir nicht wirklich Weil hier hab ich garantiert keine Chance Und die wollen mir hier die Kohle kaputt machen Zum Glück hab ich hier noch das Häuschen reingebaut Rein zackt Schämt euch Ihr Wichser Ich hab gesagt Für jeden versuchten Angriff Werde ich Einen Gegenschlag machen Aber ich denke mal Das werden sie auch schaffen hier Oder auch nicht Komm 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 Ja Glück gehabt Kampf verloren Äh Die haben hier angegriffen? Wann haben die hier angegriffen? Alter Wann haben die hier angegriffen? Ich hab das gar nicht mitgekriegt Wir haben kein Eisen mehr Gar nichts mehr Jetzt ist Tutti Ach nö Das sind meine fucking Geologen, ey Scheiße So Nimm das Ding ein Die dürfen Ich will das Nichts mehr produzieren können Hier So eine Scheiße So Jetzt schicken sie Soldaten hin Oh ja klar Siegerung Aber immerhin So Jetzt geht mir eigentlich nur noch der Rote auf den Sack Habt ihr gemerkt? Sechs Leute hin Aber sofort Der hier produziert auch noch Okay Wir haben noch Eisen Habs vergessen Dass wir hier auch noch haben So Wann kommen die Geologen Und wann habt ihr endlich mal hier Euch zurückgezogen Sind überall Soldaten noch auf dem Weg So Auch eingenommen Sehr gut Ich mach das doch richtig, oder so? Mit jedem Gebäude, wo die mir wegschnappen Einnehmen Mach ich einen Gegenangriff Ist doch richtig, oder? Müsst ihr mir doch recht geben Hohohoho Da hockt mal was drin So Und jetzt machen wir es hier nämlich genau gleich Eisen Kann ich nichts anfangen Ihr müsst hier suchen, Leute Hier Jetzt reifen wir die schon wieder an Ja, das gibt's ja nicht Kohle So Und was macht ihr jetzt hier? Tatsache Die versuchen es nochmal Ah, ich glaub Ich krieg mir echt nicht mehr Nö Die versuchen es aber hier Ah, die wollen meine Minen zerstören, ey So ein verfickter Scheiße Und wieder Neues Spiel Neues Glück Wir bauen mal wieder unsere Minen auf So Okay Okay Da können wir nicht So Wir werden angegriffen Gehen die Rohstoffe aus Können wir aber dann mal was probieren hier Um hier dann Kohle So, hier sieht's gut aus Die haben mich angegriffen Gerade nochmal Also werde ich wieder angreifen Wie ich's versprochen hab Ein Angriff Kommt einer von mir zurück So, hier war die Mini gestanden, oder? Ungefähr Sehr mutig Wir können sogar zwei bauen Ahaha Wenn ich sogar noch mehr Dann hat es sich ja gleich doppelt für mich gelohnt hier So, aber ich wird Ganz kurz hier ein klein Ein kleines Päuschen machen Und wir sehen uns dann gleich wieder Wenn ich mal die Burg finde Ich würde eigentlich immer wieder Die Burg aufhören und anfangen Und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Part Tschüss